Einen wunderschönen guten Tag hier aus der American Airlines Arena in Miami. Das ist die Heimspielstätte der Miami Heat. Und genau diese Heat, die haben heute Abend hier gegen die Chicago Bulls gespielt. Ich hatte vor dieser Partie die Gelegenheit mit einem jungen Mann zu sprechen, der erst vor dieser Saison von den Washington Wizards zu den Chicago Bulls getradet wurde. Er ist gleichzeitig auch der einzige Tscheche in der National Basketball Association. Sein Name Tomasz Satoranski. Er hat mit seinem Team erst zuletzt auch bei der Weltmeisterschaft 2019 in China für Aufsehen gesorgt, mit dem Einzug ins Viertelfinale. Er ist ein sehr, sehr sympathischer Zeitgenosse. Und zunächst mal wollte ich von Tomasz wissen, wie er denn den bisherigen Saisonverlauf seiner Bulls einschätzt. Es gab natürlich viele Erklärungen von uns. Wir haben ein sehr junges Team, aber wir haben auch sehr talentiert. Jeder hat sich so ein bisschen besser aus dem Anfang der Saison erwartet. Aber ich denke, manchmal braucht man nur Zeit für eine neue Gruppe, insbesondere mit den jungen Spielern, um sich zu entwickeln und zu spielen besser mit dem anderen. Ich denke, dass wir heute viel besser machen können. Und die Saison ist sehr lange, also wir versuchen, zu gewinnen und zu spielen guter Basketball zu spielen. Wie war es denn, wenn ich von Barcelona nach Washington bin bin bin? Es war viel leichter, als wenn ich von Barcelona nach Washington bin bin bin. Ich weiß bereits drei Jahre von der NBA-Live und der Körle. Es war wirklich Spaß. Es ist ein junges Team und ich finde, dass ich das zweiteilige Team bin. Sie respektieren mich von diesem Punkt. Es war wirklich eine sehr glückliche Transition und ich bin sehr glücklich hier mit diesem Gruppen. Wie war es denn, wie war es denn, wenn du in der Körle mit dem Spielstern bist? Ich versuche es, aber ich habe nie in dieser Position, außer mir mit der National Team. Es ist ein neues Röle für mich, also ich versuche es zu erheben. Aber ich fühle mich, dass ich das mache, weil ich es professionellisch habe, fast 12 Jahre alt. Natürlich, das ist meine vierte Saison im NBA-Livea. Ich habe es professionellisch in der Spanisch-Livea, seit ich 17 bin. Ich fühle mich, dass ich diese Erfahrung habe, die kann helfen. Wie war es denn, wenn du in der Körle mit dem Spielstern bist? Ich habe viel Hoffnung. Man kann es nicht vergleichen, es sind zwei verschiedene Körle und zwei verschiedene Basketballen. Aber wie du gesagt hast, wenn du etwas aus dem Spielstern bist, dann war es mit Hoffnung. Für mich persönlich, mit Hoffnung, ich war bei der Spanisch-Livea und der Team. Ich war so, ich war so, zu bauen. Aber jetzt ist es im Vergangenen, und ich versuche nur auf unsere Saison und unsere Gruppe. Wie war es denn mit dem Spielstern? Ich liebe Chris. Chris ist mein Mann. Wir sprechen viel über europäische Basketball, und ich habe gegen ihn, nicht als er in Bamberg war, sondern als ich mit dem der Czech-Republik-National-Team. Wir haben ein Freundlich-Tournamen. Ich glaube, das war in Nuremberg. Und das war vor 2015, dass ihr die Europäische Basketball haben. Ich wusste schon über ihn, also das hilft, zu bauen. Ich liebe es, was er macht. Er macht einen tollen Job.